Was will der mit Wasserkraft, Alter? Ich hab mal To-Kaffee, das pfeffert etwa 10 Millionen. Das sinkt nicht in die Luft. Ja, ein Maschinenblock, zwei Stück. Der brauchte ich auch Maschinenblock, ne? Ja. Also drei Stück. Du brauchst zwei Advanced-Blocks, ne? Ich glaub, du brauchst nochmal so einen Maschinenblock für. Ich hab doch gesagt, ich brauch drei Maschinenblöcke. Deswegen, ich brauch meine drei Advanced-Blocken. Ja, du brauchst ja viel in den Ofen, brauchst ja glaube ich keinen. Ach! Ich hab vier Rotary Maschinenblöcke bei mir im System. Okay. Dann würd ich die erst rausnehmen. Ja, aber nur Rotary Maschinenblöcke, davon brauch ich mir nicht nur einen. Obwohl, wenn ich die anderen kaputt mach. Ne. Ach ne, die hatte ich mir schon mal fertig gemacht. Stimmt ja. Ähm. Advanced. Davon brauch ich dann vier Stück. Ach übrigens, ich bin am aufnehmen, ne? Ach so. Ja, dann. Da hab ich kein Quatschel. Aber nach zwei, drei, vier. Ach, ist doch egal. Ach, ist doch egal. Ja. Ja, glaub ich schon, ja. Weil, da hast du aufnahmen, ist ja immer da. Um das zu kommen hin hoch. Okay. Ich dachte, du bist ja am aufnehmen, aber naja, ist ja auch egal. Doch, du weißt doch, mich stört das nicht. Du, mich stört das auch, ne. Aber ich finde das nur, wenn ich sie wirklich da unten schreibe, wenn ich ein Memmer aufnehme, ist das immer so beschissen. Ja, da ja, aber zum Beispiel mal Minecraft. Minecraft geht das noch? Ja. Geht das noch? Mhm. So, zwei Maschinenblöcke. Ich hab die Stimme, ey. Hm? Ich hab immer noch voll die kaputte Stimme. Wofan? Schön. Gestern Abend. Erst arbeiten Freitag los, danach arbeiten morgens und dann abends wieder los. Oh. Oh, arm ist tuftuf. Arm ist tuftuf. Ja. Und ich war so scheiß müde. Und dann komm ich mir wieder so an. Lebst du eigentlich noch? Ja. Ach, du bist ganz Zeit aber im Chat drin, aber bist gar nicht da, oder was? Nö. Bist schon, Knallkopf, echt. Hallo? Geht nicht doch immer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Schokolade. Schokolade. Öh. Schokolade. Schokolade. Ein, zwei. Okay. Du meinst nicht klar. Wie war das? Ähm. Electric Circuits. Davon habe ich ja nur nur 66 Stück. Ja. Hast du wieder automatisches Rezept? Das ist ein automatisches Rezept, ja. Genau. So. Zack. Okay. Zehn Millionen, ey. Dreh ich am Tag hin. Nur durch zwei Zellen. Hat was. Okay. Ich will nochmal überlegen, ob ich das Ding jetzt wirklich automatisch mache. noch. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die Energie auch brauche. Ja, das war letztens auch geil. Ich komme auf den Server, du bist da. Aber die ganze Zeit AFK. Ja. Hängst du unten. Ich wollte aber auch nur gucken, ob das funktioniert. Da war ich immer oben. Oder beziehungsweise am PS3-Zocken habe ich einfach zur Ruhe geguckt, ob das wirklich sicher läuft. Achso. Weil mir einmal so ein Ding durchgebrannt ist, so eine Zelle. Und wäre ich da nicht am gucken gewesen und hätte das einmal dann abgegradet, dann wäre das Ding doch vielleicht in die Luft geflogen. Deswegen muss ich das machen. Boah, jetzt muss ich mir aber noch Transform-Upgrade machen. Sonst fliegt Mim, wenn ich gleich der Rotary Messervator wieder in die Luft. Ja, der ist natürlich schlecht. So, sag mal, was ich mit ganz viel Biodiesel machen soll. Weiß ich nicht. Also ich habe unten... Du hast doch gewinnigen Platz, du kannst dir doch auch eine große Anlage bauen. Brauche ich noch nicht mal, das Ding ist unten schon wieder voll. Ich betreibe da ja meine Baumfahrt mit. Aber es wird auch nicht weniger. Ich meine, du kannst dir doch eine große Energieanlage bauen. Oh, warte mal. Ich habe Atomstrom, ich habe... Ach, stehst du drauf. ...dampf. Dampf habe ich noch. Dann habe ich Honig, Samenkernöl, Quatsch und Holzkohle. Ja, so ist das halt. Solarenergie. Oh. Ich habe momentan meine Blaze-Energie, dann habe ich meine Lava-Energie und meine Solar-Panels. Ich bin noch mal überlegen, ob ich das mit der Lava-Energie mache, ne? Wenn Johnny sagte, ich kann ja den Tank... Ich kann ja seinen Tank-Code benutzen, ne? Ach so. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, du klaust von ihnen erstmal. Ne, der hat doch gesagt, weil ich habe das ja ausprobiert mit meinem Tank da hinten, ne? Aber der hat sich ja nicht irgendwie... Nicht irgendwie in den Chunk geladen, oder so. Oder ist nicht mehr in dem Bereich. Okay. Aber ich habe das ja... Kenne das ja mit dem Aufbau und so Quatsch, ne? Mhm. Aber ich sage, dann nimm ruhig, weil ich... Ach, ich brauche nicht viel. So. Momentan läuft auch diese Magma Crucible-Anlage gleichzeitig noch mit. Ja. So, Transformer-Upgrades. Machst die Kabel. Was? Natürlich zu wenig gemacht eben. Egal. Du machst da immer zu wenig von. Ja. Naja, egal. Geht ja schnell. Besonders mit dem System. So. Über 4000 Äpfel. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das ist immer zu geil. Nach der Zeit hast du von allen zu viel. Ja, habe ich auch. Ich habe Essen in... On-Mass. Ach, hast du mitge... Mitgekriegt? Mit... Mit... Mit Veros HD? Ne. Das ist ausgestiegen. Ja, der war doch sowieso... War der Hauptmann irgendwie on oder so? Ja. Aber wir sind ihm zu weit schon. Deswegen. Er hat noch ein Video gemacht gestern. Okay. Ich finde es schade. Er war voll in Ordnung. Aber naja. Kann man ja nichts machen. Hm? Ich glaube noch irgendwas los. Dann kommt man in seine Hütte rein. Das hauptsächliche Problem ist eigentlich... Ich glaube es war eine Internetverbindung gewesen. Das ist natürlich nicht schlecht. Weil das ist immer kacke. Wenn du eine schlechte Verbindung hast, kannst du es knicken. Ja. So. Man kann ja ein... Einstellen, dass da nur eine bestimmte Menge verbraucht und den Rest drin lässt, ne? Ja. Mit dem Emitter. Ja. Das habe ich gemacht. Aber wenn ich das mit Kohle mache, dass er zu Kohltast wird, haut er trotzdem weiter raus. Warte, warte, warte. Muss ich ihm lauter stellen, weil ich habe mich gerade gewundert, warum alles so laut ist. Ähm. Ne, warte. Ich kümmel mal. Beziehungsweise ich setze mal im Portal bei mir um. Und da kann ich direkt bei mir wieder umschauen. Ähm. Das gleiche habe ich, meine ich, auch mit den... Ne, ich gucke gerade bei mir, wie ich das gemacht habe. Was muss er dann tun zu? Ähm. Ich bin jetzt gerade mal ein Datschen-Furnace in die Luft gegangen. Schon wieder? Also muss da doch ein... Einer ran. Aber das dringendrum ist alles heil geblieben eben. Naja, aber wie kann er ein Datschen-Furnace in die Luft fliegen? Frag mich nicht. Oder hast du zu viel Energie auf dem Ding drauf? Auf der Leitung. Kann auch sein. Durch meine MFSU? Ne, bei der... Hast du eine MFSU davor geschaltet? Ja. Ja. Dann nimmt der nur 500 Zoll raus. Aber das geht in die Luft. Okay, also eigentlich nicht. Also ich habe meinen auch vor der MFSU. Ne, warte mal. Stimmt gar nicht. Ich habe meinen... Ne, warte mal. Was ist denn hier? Ne, ich habe das Ding am LV angeschlossen. Hm. Ach, werde ich das schon gleich machen. Dann sind die halt in die Luft gegangen. Genau. Ja, aber sei froh, dass da nichts ringsrum noch kaputt gegangen ist. Ist auch nicht. Das ist ja ein Wundertmecher. Das ist alles heil geblieben. So, jetzt wollte ich mal ihm gucken. So, jetzt wollte ich mal ihm gucken. Du wirst, der schmeißt immer noch Kohle raus. Ein bisschen. Ne, warte. Wenn du das erreicht hast, dann sag ja. Muss ich hier unten gucken, wie das unten eingestellt ist. Hast du 10.000 erreicht. Dann gib mir ein Signal und dann darfst du erst laufen. Soll er ab einen gewissen Wert, wenn er drüber ist, wieder laufen oder wenn der... Wenn er wieder drüber ist. Genau, wenn er wieder drüber ist, ne? Hm. Ich kümmere, ich kümmere, ich kümmere. Zack. Weil damit kannst du so viel machen, ne? Ja, ich weiß. Weil du kannst ja sein, du brauchst immer noch da was von ab und zu. Ich sag ja, mit Cobblestone 10.000 kannst du schnell verbraten. So. Wo willst du das denn jetzt anschließen? Ich bin hier hinter. Ach, ne. Sorry, schon gut. Jetzt hab ich's. Ja, wenn der 9.000 reicht, soll er ein Signal rausgeben. Ja, jetzt geht das schon. Ja, jetzt geht das schon. Aber ich muss... Ich hab mal nicht hier die... Redstone Mode... Signal gemacht. Du musst auf jeden Fall umstellen. Redstone Mode musst du umstellen. Ah. Weil wenn du den auf disabled hast, also... Oder kein Signal... Egal was, ne? Dann... Äh... Schießt der immer raus. Ja, aber jetzt haut er wieder raus. Weil ich hab das, wenn ich meinen Cobblestone und... Ja, dann mach auf den Mode High-Signal. Weil wenn er die 9.000 erreicht hat, dann soll er abschalten. Hä? Okay. Du musst hier auf Maus High-Signal aktiv machen. So, warte mal, jetzt hast du 9.000. Warte mal, wo ist denn dein System, wo man am besten nicht mehr draufgreifen kann? Und dann unten. Ja, aber ich seh ja, dass er immer noch nachfordert. Ja, klar fordert der nach, weil er noch, äh... Wie über 9.000 ist. Warte mal. Nee. Kohle, Kohle, Kohle. 8.000 noch? Was ist denn noch? Holzkohle? 8.000, ja. Ja, ähm... Dann schalte... Im Emitter auf, ähm... Negativ. Mach das mal eben. Also, dass er jetzt leuchtet. Ja, leuchtet er ja. Und wenn ich ihn im Export mach, die Redstone-Facke ausmach, dann hört er ja auf. Jetzt hat er aufgehört. Ja, weil ich die Redstone-Facke in den Export ausgemacht hab eben. Ich muss mir mal ganz kurz was holen gehen. Ich brauch mir nicht nur so einen Import-Bass. Ja, und wenn er jetzt 9.000 erreicht, dann sagt er, äh, kein Signal mehr. Und dann schaltet er einmal an. Hm. Und wenn er jetzt wieder 9.000 Kohle hat, dann, ähm, über 9.000 bis dann schaltet er. Jawohl, bei Cobblestone und Dreck hab ich das andersrum gemacht. Da ist der, beim Emitter, die Redstone-Fackel an und, ähm, Export ist das die Fackel auch an. Ja, dann kannst du das einmal da einstellen und einmal andersrum. Das ist, aber kommt auch das gleiche hinaus. Okay. Ob du jetzt bei dem einen sagst, äh, ja und bei dem anderen nein oder andersrum, ist sowieso das gleiche. Ob du da ja und da ja einstellst, ist ja egal. Okay. Das hab ich bei mir auch immer unterschiedlich. Außer du machst das halt mit zwei Dingen gleichzeitig. Sprich auch, ähm, und bei mir beim Fermenter. Da musst du dir genau aufpassen. Mhm. Naja. Und wenn du das nicht so wirklich weißt, ne? Dann ist das immer schlecht. Du hast echt mehr Ahnung. Ach, das ist gut. Die Sache, dann musst du dich einmal rein tüfteln. Mhm. Aber hat Johnny auch gesagt, du hast mehr Ahnung. Ähm, dann werde ich ja fast schon rot. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist doch so. Ist das, wenn Johnny das sagt? Na, der hat nämlich gestern gesagt, weil du... Ich bin mal durch deine Portale gekommen, du hast vor echtem Knall. Warum? Darum. Ich hab keinen Knall. Das kann man nicht so sagen. Nicht wirklich, ne? Nein. So. Ach, ich hab dich doch lieb. Hab mich jeder. Hä? Hab mich doch jeder. Ja. Ja. Bin ich offen. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Dann ist ja gut. Und so kann ich das dann mit Eisen auch machen, dass du eine bestimmte Menge rausholt. Richtig. Hm. Hm. Das hab ich ja bei mir an der Fabrik oben angeschlossen. Hm. Ja, ich mal so rausholt, dass ich, meine, das auch wie Feind Iron macht. Ja. Ja. Dass ich davon nämlich auch genug hab. Ja. Du sagst, du brauchst, äh, weiß ich nicht, 10.000 oder 5.000 wie Feind Eisen, dann machst du das genauso. Hm. Ja. Was passiert hier? Das System gar nicht mehr hier.